Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Mein Name ist Yannick mit dem Schalke Forever. Was geht ab? Hallo! Und wir spielen survival games auf dem Server Dust MC. IP schreibe ich in die Beschreibung. Und der Schalke Forever ist auch noch einer von meinem Kanal. Also eher, es ist ein gruppelndes Kanal. Ich mache aber noch einen eigenen. Aber den habe ich gerade im Moment noch nicht gemacht. Aber mal scheiße. Oh, den macht man nicht. Die haben es geil. Ja, ich kenne ihn auch. Ja, schau mal auf. Ja, das hat man scheiße. Das gar nichts. Ähm. Ey, bist du irgendwie blind? Ja. Ich bin oben. Also von daher, die Spaß noch da unten. Ich werde ich haben. Was bringt Fische eigentlich? Schreibt es in die Kommentare. Was bringt Fische? Schreibt es in die Kommentare. Was bringt Schwerte? Schreibt es in die Kommentare. Was bringt Bögen? Schreibt es in die Kommentare. Jolo hat nen Schwert, hat wieder Fische. Deino hat nen Stein-Schwein, äh, Zollschwein. Alter, ich bin grad so übelst am failen. Ich bin grad so übelst am schlechten. Am schlechten? Ja. Ah fuck! Mann! Jetzt lag ich. Fuck! Mann! Boah! Ich hab's! Er will es nicht nur, er tut es auch, wenn jemand kommt. Soll dich ja nicht demütigen oder so, ne? Soll ich das was, ne? Hebs du noch? Ja, geil. Ich glaube der Arsch ist zu klein. Krass. Wo ist denn die Verzauberungskäste? Verzauberungskäste? Ja, ich dachte so weh. Wo ist denn Verzauberungstisch? Weiß ich nicht. Ich glaube in der Mitte. Aber in der Mitte? Warum hast du wieder Schwert? Habe ich nicht. Ich habe ein Goldschwert. Achtung vorne ist einer. Zwei Stück. Äh. Mach ein Screenshot. Wir haben ja ein Video. Stimmt. Flieger. Habt ihr das gerade gesehen, YouTuber? Mach das Video auf YouTube. äh. Wenn man bei das SIPC Support macht, dann kann man so ein Video reinstellen. Mach ich auch. Ja, und wir haben gerade eben einen Hacker gesehen. Ich bin kein Hacker, ich bin ja schon wieder tot. Also so. Okay, wird bestraft. Warte mal, ich geh mal zu. Ich bin kein Hacker. Nein. Hack der immer noch? Ach, das bist du hier ohne. Schalke, vor allem war. Achtung, da unten ist der Hacker. Den Hacker hacke ich fertig. Obwohl ich keinen Hacker hab. Hack ihn trotzdem fertig. Wie kommt man dann in die Kiste ran? Hä? Wie kommt man dann in die Kiste ran? Ähm, Achtung, ein Hacker kommt. Moment. Wie man an die Kiste kommt. Warte mal, wo bist du? Äh, die Kiste ist eh schon LED. Da oben auf dem Kran steht. Ich bin nicht fast mutend. Oh dumm. Ähm, Schalke? Das. Hazekte. Hab ne Kiste gefunden für dich. Komm mal, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, ähm. Na komm, ja. Falschrichtung, Falschrichtung, kelling, 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 kelling. Er steht wieder auf, nur 21 Sekunden. Was? Auf, ein. Scheiße. Was, einschlingt. Ich blech mir da. Ja, Slash, hab nicht den Raub. Meine Mutter ruft gerade zum Essen. Ja, nimm mal die Party an. Ja, mach ich. Okay. War's prima. Gut, äh, ich steh hinter dir. Ich box dich. Oh, Junge. Ja, komm, Boot. Ja, dann geh erstmal zu meiner Mutter und ess dich was. Hä, du nimmst doch auf, oder? Ja. Kannst du schneiden? Dann gehe ich essen. Ja, bis gleich. Bis zum Essen. Tschau. Und so mache ich euch jetzt einen Cut. Und das heißt, wir sehen uns wieder. Tschau. So, und da sind wir, Ruder, mit den Chunkfeuern war in einer Runde. Wir haben uns überlegt, jetzt noch mal etwas zu spielen. Die Blöcke. Was soll ich dir geben? Poxi, ja. Hier. Hier, mach du Blöcke. Geh weg. Fasenmacher, Mann. Schau, die Blöcke. In die Mitte müssen wir bauen. Bring mir Blöcke dann, okay? Ja, ich bin gerade bei dir. Oh, beinahe werde ich runtergefallen. Stark. Ich kann selber bauen. Ich brauche nicht zu Eis. Ich brauche nicht zu Eis. Wir müssen die Ersten sein. Wir sind wahrscheinlich nicht. Nein, wir sind nicht die Ersten. Sind die schon drüben? Ja. Scheiße. Scheiße. Ich hole mir mal schnell Brücke. Ja. Ja. Ich bin voll mit Blöcke ausgebissen. Ich hole mir mal eine Kompel. Ich hole mir Alp. Ich hole mir mal. Ich hole mir die L�지 nicht alles. Soll ich uns Brustpanzer holen? Ja, mach! Fertig, fertig, fertig! Keine Ahnung, mach einfach irgendwas, hauptsache du bist schnell! Warum soll ich schnell? Weil ich Angst vor denen habe! Wow! Der ist gerade zu denen, ich will die wieder hochgepacken! Kommt einer! Zu uns? Ne, weg von uns, weißt du? Er hat sich nen Safepleck vorgemacht! Ich hab 20. Ich hab eins! Okay, ich kann nichts mit Brustpanzer machen! Komm mal her, wo bist du? Komm her! Hast du Eisen? Ja, 3. 4, mein ich! Verliegen! Zehn Eisen! Was? Äh, Schwert! Bitte, schnell! Ein Schwert! Was ist dein? Egal, hauptsache ein Schwert! Ich mach dir zuerst, weil sie jetzt kommen, ne? Ja! Oh, fuck! Ich hab Hunger, 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 Hunger! Ich hab ein Schwert! Ich hab ein Schwert! Ich hab ein Schwert! Komm, die noch! Wahrscheinlich. Ich hab aber auch noch was für dich! Die Gagst! Nicht Big Axe, die Gagst! Komm, die? Die. Oh, die haben sicherlich schon feilen Bogen. Was? Die haben sicherlich schon feilen Bogen. Ja, renn nach vorne. Die sind nicht mehr in der Mitte, gell? Oh, nur noch einen Eisenmann kann ich mir auch schwer machen. Dann kann ich auch hören, in der Mitte. Ich bin nämlich jetzt voll ausgerüstet. Ich habe mir einen Fehler gemacht, wir haben uns jetzt gleich in die Mitte gepauselt und ich kann nicht mehr rennen. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, ja, mit Bogen. Ihr hört die Musik nicht im Hintergrund, aber wenn ihr sie hört, ja, ich bin nicht richtig. Ich habe ein Gold. Boom, Digga. Geil. Ein Gold bringt nicht viel, aber klar. Was ist denn, Boom, Digga? Ich wollte gerade verkaufen, eigentlich. Das haben wir auch nicht getan. Wo sind die? Ähm, nein, ich brauche mal eine Kiste hier. Ja, mach mal. Nur eine. Mhm. Die Beste. Ja, ich will auch. Versuch dir, den Gold zu holen, dann kann ich die Beste hier. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Hier, hier, hier habe ich es. Hier stehen in der Ruhe und kennen wir von drauf. Und er ballert, glaube ich. Hä, und er? Soll ich mal mitkommen? Ah, nein, 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 komm nicht mit. Warum? Oh, ich habe eine Save-Plattform. Was hast du? Eine Plattform, eine Save-Plattform. Save-Tro-Fuss. Was ist der Name eigentlich? Weil ich... Achtung, wer kommt! Wow! Bist du tot? Nein, ich kann aber fliegen. Jetzt bin ich tot. Nehmen wir mal eine Hacke und selber empfangen die noch. Ja, mach ruhig. Was ein Arschloch, ich hab mich wieder hochgebracht. Ja, mich triffst du nicht. Er kommt. LOL, wie kann ich... Achtung, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, er schießt mich ab. Ja, er. Oh, jetzt kommen beide. Das ist ein Schlauer. Ich brauch Blöcke. Ich hab Blöcke. Und steh um die Ecke. Scheiße. Bin gehabt. Scheiße. Und viel Spaß noch. Die Folge. Mein Name ist... XxKx. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Damo. Und viel Spaß noch. Ciao.